und dem bin ich auch richtig enttäuscht ey ey ne ne ich geh nicht keine sorge und dann haut er ab ist hier wieder tief ist hier angefangen gekommen hat mich die kohle ich bin weggerannt er ist in den graben gefahren wenn sie mich doch mal so erschrecken kurz herrn helmut wie kann ich aus dem heli rauspacken du nimmst die und ziehst die oben in das boden sicherheit geht vor der helmut hey obi you know what's good i already flew this thing twice i am really good do you see how good i can fly this look 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 crazy crazy ja was geht was ist mit dir also er hätte ich um das ding in ihre hand müssen wir uns mit fremahe sorgen ach so ja kein ding mache ich eben geben sie mir eine sekunde ach so ok das war jetzt peinlich sekunde das klang voll real er sitzt so ein scheiß mit seinem headset obi obi what the fuck injustice obi wath obi woi obi 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 Woah! Shut the fuck up! Der muss hier irgendwo direkt bei mir sein, der Typ. Er schießt. Wo war'n der? Ein Baum hinter dir. Hey, fuck off, ja? OB! OB! Yeah! You fucking donut! OB! Ja, fucking noob! Ich bin ein Berliner. I told you I'm behind the Wendy's already. You know where they'd meet me. Ach, hat er eh in der Verfolgungsjahr? Ich glaube. Passen Sie doch bitte ein bisschen auf, wenn Sie schnell. Und jetzt nicht fast überfahren. Schönen Jürgen Tag. Schönen Jürgen Tag. Hey, Sonne anal. Ja, moin. Scheiße, ich bin meine Spar. Ich muss hier schnell rein kucken. Mel Roosevelt. Hallo. Hello, Oddo. ELLOO! Hello, Douglas! Otur sbliescher. OB! UI! presents Ey, OB! Ww jakie the fuck! fresse halten wir wollen nicht ein klasses ich habe Also, ich bin der Herr... Guten Tag, Herr Obi. Ich bin der Herr Petersen. Haben Sie mal ein Personalauswärmchen? Ja, ich mach den ihm doch frei! Kommen Sie bitte auf... Nein, Sie nehmen bitte die Finger von dem. Bitte! Jetzt. Ich hab sechs frei. Krollst du rein? Jo. Ja, wir tun so, als könnten wir dazugehören. Fresse halten, Hände hoch, sonst tot und seid ihr tot! Fresse halten, Hände hoch, alle! Der eine sah so aus, als wollte er schießen, deswegen hab ich ihnen das Bein geschaffen. Der kommt hier hin, der hat die... die haben beide Waffe auf dem Rücken. Der hat hier oben! Hör auf, hör auf, das bin ich! Wir haben jetzt den Spaß damit. Nein, das... der Typ... Alle weg von der Springlasung! Da ist kein Bulle gewonnen. In der Cayman ist kein Bulle. Wer ist denn das? Jetzt ist die Cayman wirklich mit dem Typen von Arrogan weggeflogen. Ja. Ihr habt's echt drauf? Was könnt ihr eigentlich? So, Apollo. Oh, jetzt hab ich ja mal was. Nee. Am liebsten. Jetzt bleibt das gar keiner. Kops, kops, kops. Zeig dir! Da haben wir tausend schon wieder geradet, Alter. Wollen wir rüber? Ey, wie kann man denn so gegen ne Wand gelaufen sein? Er hat die Staaten vor. Nein, die... der nimmt uns jetzt mit. Geh in die Küche. Unsere Abholung. Nein, nein, nein. Warte, ich... Abflug. Äh... Ich hab's nicht... Alter, es ist... Alter, sind die inkompetent. Der Typ ist einfach reingekommen, hat das Ding mitgenommen und abgelaufen. Das ist natürlich. Bus already. Bis zum nächsten Mal.